Achso, genau, ähm, falls ihr Interesse an einem Steam-Account habt, ähm, ich verkaufe meinen zweiten, nein, meinen alten Steam-Account immer noch, dort sind gewisse Spiele drauf, Black Ops 2, Advanced Warfare, und, ja, ähm, ich habe ein paar Themen anzusagen, und zwar, einmal, ich mache ein Fiete-Beast-Light-Projekt, ähm, falls ihr über 500 Abonnenten habt, und ihr Lust habt, da mitzumachen, ähm, Aufnahmepflicht, das wird sich so ungefähr so ablaufen, wie bei dem Mega-Projekt, dann könnt ihr euch gerne bei mir in Skype melden, mein Skype-Name ist TrueApferLP, und, ja, dann habe ich noch zu sagen, dass ich ab morgen bei meiner Oma bin, dort nehme ich einen, ich nehme meinen PC mit, allerdings habe ich dort den übelsten Scheiß-Upload, deswegen ich wahrscheinlich nicht so viel aufladen werde, aber Standard, ich habe einen, echt schwer, mein Schreck gedroppt, man, ich habe, äh, in letzter Zeit irgendwie gar nichts, kaum noch was hochgeladen, das muss sich auf jeden Fall ändern, und ich muss den da töten, äh, leck mich doch, ähm, auf jeden Fall, ja, weiß ich nicht mehr, ach so, genau, ähm, ähm, falls ihr Interesse an einem Steam-Account habt, ähm, ich verkaufe meinen zweiten, nein, meinen alten Steam-Account immer noch, dort sind gewisse Spiele drauf, Black Ops 2, Advanced Warfare, ähm, aber was noch drauf, äh, ich glaube Skyline City, Gary Smart, CSGO, äh, Paddle 2, und noch etliche Spiele, der Account ist, äh, etwas wert, so, also, ich habe mal den M-Oga-Wert, ähm, dazu hingeschrieben, der M-Oga-Wert von dem Account ist um die 90 Euro, also mit einem Spielen zusammen und so, äh, und, ja, Mann, was leckt denn der Scheiß, Alter, ähm, auf jeden Fall, ich verkaufe den für so undi, wie viel habe ich es gemacht, für 60 Paypal, 75 oder so, äh, PSC, weiß nicht, auf jeden Fall, ähm, ich habe ja wie gesagt ein Video dazu gemacht, und dort steht jetzt wie gesagt alles drin, und ich mache mir erstmal ein Eisenschwert, meine Rüstung, die ist richtig Premium, damit könnte ich schon fast den ganzen Kontinent ficken, lalalalalala, und die Karotti, und die Karotti hat bei Verox getötet, okay, da kommt keiner, zack, 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 fertig, ich bräuchte eine Angel, was bräuchte noch, ähm, ich bräuchte, bessere Rüstung, Rüstung, ich bräuchte Rüstung, Benylein ist gestorben, warum sterben die denn alle, da ist eine Kiste, die hole ich mir, die war leer, was war sonst, und da ist ZGZ, ich muss hier ins Haus reingehen, rausne, fix und pissig, pissig man, okay, ich versuche den jetzt mal zu töten, ja, so, okay, gut, vielleicht schon mal gute Rüstung, und, ja, trotzdem bräuchte noch einen guten Helm, dann, finde ich es gut, okay, er hat die selbe Rüstung, dann, er hat schlechte Rüstung mit sich, Mensch, okay, das wird jetzt ein, schwerer Kampf, er hat dann nämlich auch rein, Eisen, äh, Schwert, so, in etwa, vielleicht bisschen besser, wenn er schnell klicken kann, aber, sonst ist es dann, so sicher, wenn er kann, jetzt wird er Feuer placen, oder auch nicht, jetzt aber, Mann, Fick, Stuhl, was? der hat ja keine Reckernation gehabt, oder? with luck have fun. Okay, ich versuch mal, dass der nicht das Schwert bekommt. Okay, der hat Peils abbekommen. BG. Okay, wo ist der andere jetzt? So, da ist er. Ähm, ja. Ich bin wahrscheinlich wieder ein bisschen still, aber ich muss mich konzentrieren auf dieses Game. Die ZGZ hat mich angesprochen auf TS. Jetzt komm her, komm, 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 komm. Wie viele Pfeiler habe ich? Keine. Einmal der Einzige. Na, ich hatte 5 oder so, weiß nicht. Food, überhaupt kein Food. Ich bin auch hier keine Essensausgabe, Alter. Ja, ping halt ein bisschen rum, ne? Schwuler Junge. Alles mal kratzen. Mal fressen. Mal fressen. SlowlyIL Frage. Der Fallschirm bekam, der GG, das war ein nice Kampf, in der Nice Ronde, GG, auf jeden Fall würde ich mich über eine positive Bewertung freuen, wie gesagt meldet euch in Skype bei mir, falls ihr bei diesem V2B Slay Projekt mitmachen wollt, wie gesagt Aufnahmepflicht, falls ihr über 500 Abonnenten habt, dann könnt ihr mitmachen, natürlich kann man eine Ausnahme machen, wenn ihr gute Qualität habt, meiner Seite aus, also wenn ich das sage, ihr habt gute Qualität, dann dürft ihr mitmachen. Und ja, es sind schon ein paar Leute drin, wie EpochMC, ich, wer noch, Hornbone, ich kann nicht so viel vielleicht, aber egal, wie gesagt, meldet euch in Skype bei mir, wegen dem Steam Account, wenn ihr den haben wollt, oder wegen dem V2B Slay Projekt, wenn ihr den mitmachen wollt, naja und dann sehen wir uns beim nächsten Video, bis dann. Reden und Ihr habt Spaß gemacht!